...offizielle Dokumente benötigen. Wählen Sie bitte das linke Service-Menü. Prostituierte und Inflation. Aschikost 300, was kost das schon? Prostituierte und Straßenstrich. Hübst du nicht auf Baum, dann fick ich dich. Und, können wir das vermarkten? Ja. Findest du gut? Hm? Mach mal mit. Prostituierte und Inflation. Aschikost 300, was ist das schon? Prostituierte und Straßenstrich. Hübst du nicht auf Baum, dann fick ich dich. Du schwimmst mit Entchen, ich mit Pfötzchen. Du schwimmst mit Wasser, ich in Fotzenschleim. Hm? Ist gut, oder? Ja, das ist gut. Ich bin Rapper-DJ. Ah. Triebisch. Oh. Boaissu.